Hey, dann haben wir hier eine Rade und was kommt dann nächste Woche? Warte mal! Ja, machen wir ja den Topf, Alter. Ja. Wer sagt denn, was kostet denn das? So, das ist verwechselt. Das hört nicht so gut. Ja, was ist das denn? Richtig fett, was drauf ist. Ja, wenn du da saß, kostet das. Oh, naja, was kann das sein? Guck dir, das kann nicht sein. Ja, das ist so gut. 1, 2, 3. Jetzt, der Start geht schon hier hoch.